Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite mit Elisabeth, die Schnappatmung hat. Wir schieben das Piano zur Seite und müssen jemand finden. Ha, da können sie ja lang fliegen. Wow. So, du gehörst mir. Ja, da hinten gehört auch mir. Der da oben geht mir gerade auch auf den Sack. Salze. Dankeschön. Sie sieht zwar anders aus, aber sie ist immer noch die alte. Zack. Genick es weg. Fuck. Ich wollte gerade die Deckung aufrufen. Ich bin nicht tot. Ganz ruhig. Ach, schön. Irgendwie sieht sie jetzt viel besser aus als vorher, um ehrlich zu sein, oder? Oh, wach. Hm, hier kann ich Geld ausgeben. Ja. Ah, Magazinvergrößerung, Schadenboost. Wo ist mein Karabiner? Präzisionsgewehr. Hm, 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 hm. Kann ich hier irgendwo... Kann ich hier irgendwo... Schadenboost 2 fürs Präzisionsgewehr. Hm, Schadenboost 2 für den Karabiner. So, jetzt haben wir den Karabiner voll ausgerüstet. Ich freu' mir, ich mag die Waffe irgendwie. So. Jetzt heißt es, Fight! Ist doch schade, das Ding überlebt leider nicht lang. Ups! Wasserlache. Alter! Alter, sind die gut. Na gut, dass wir... Dass sie uns immer wieder belebt. Ich hau' mir mal hier, äh... Ich kauf mir mal... Magazinver... Haben wir ne Magazinvergrößerung für den Karabiner noch? Ne, der ist ja voll ausgerüstet. Ah! Scheiße! Aber ich bräuchte mal... So, komm, lass uns das mal intelligent einsetzen. Jetzt, wir haben das, das und das. Du gehörst mir. Danke! Die machen ganz schön Damage. So, nachladen. Und weiter geht es. Die Aufnahmesateien sind super gerade. Gerade mal ein Gigabyte für fünf Minuten. Das ist super. Bis jetzt. Spartaner. So. Sieht einfach aus. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war... Mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. So. Mädel, dein Korsett, sie ist definitiv zu eng gesetzt. Eindeutig. Ich meine, sowas gibt es. Es gibt wirklich so eine Frau, die so ein Korsett trägt. Weißt du? Alter, das sieht so... Das sieht so widerlich aus. Nein. Nee, 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 nee. Alter, ich finde... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Echt. Boah, der Scheiß ist so teuer. Aber komm, wir müssen auch mal was aufputschen. Hups. Was hat er hier drüben? Gesundheit. Seil zu 100%. Ich würde mal interessieren, wie das in Wirklichkeit wäre, wenn man wirklich so eine Kraft hätte, so, ich sag mal, so Risse hier, äh, zu... Ja, zu öffnen. Kannst du das knacken? Ach, das wird nicht lange dauern. Bitte sehr. Scheiße, ey. Also, wenn die wirklich bei uns hier, äh... Was? Schießeisen? Wow. Ist zwar gut, aber nein. Ah, Infusion. So, Gesundheit. Super. Ampli-Only-S... Äh, wo kommen wir denn hier weiter, verdammt? Äh. Ah. Danke. Wow. Alter. Wie viel Silver Eagle. Ich such mir da einen ab. Die findet eine Münze gleich 50, 100, äh, bis 100 Silver Eagle. Oh. Stirb-Lakaien. Ein Schuss. Zwei Schuss. Was haben die hier gemacht? Die Leichen ver... Versteckt. Da ist es. Nicht mehr weit. Oh, ja. Ha. Meins! Ich habe mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Nö, nö. Ah, da kommt's ja schon. Ha, 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 ich hab's gewusst. Ach, scheiße. Boah, alter. Steht mir direkt vor der Fresse. Danke. Ach, diesen Schatz. Ha, 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 ha. Ich seh zu, dass ich noch was finde. Kein Problem. Hey, dein Auge ist kaputt. So, das waren hoffentlich alle. Gut, war ja eigentlich nur ein Patriot und so ein anderes Dingens. Lockpicks. Davon kann man nicht genug haben. Ah, dankeschön. Den hätte ich voll krass übersehen. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Uh, das war auch von jemand sich selbst überzeugt. Fertig. Dankeschön. Bereit? Das wäre ein extremes, extrem geiles Cosplay, wenn ich das mal so sagen darf. Also, liebe Frauen auf der Gamescom, liebe Gamerinnen, kommt mal so auf die Gamescom, bitte. Das wäre so geil. Ich hab das noch nie gesehen. Ich weiß, dass es solche Cosplays gibt, aber... Hm? Hm? Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also, nicht Riesenbalance? Aber in meinem Glück entstand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte, ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen. Nein. Der Subjuntif? Das ist kein Subjuntif. Ich glaube, die Syntax ist doch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben. Zu haben gehabt haben. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft den Satz des anderen beenden. Ganz genau. Umgekehrt das Seltsame. Hm. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Warum hat sie eigentlich nur neun Finger? Das würde mich mal zutiefst interessieren, warum sie nur neun Finger hat. Der Fakt des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Komm, Stock. Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Sie dachten, sie bleiben für immer oben. Sie sind ja hier. Sie sind ja hier. Jetzt wieder Musik. Ach, ich mag sie einfach. York, immer doch. Dankeschön. Fett. Oh. Eins, zwei. Nein, ich bleib beim Karabiner. So. Ein Waffenautomord. Oh, ganz neu. Präzise. Wunnsgewerb. Warte, Wurst. Hm. Hei. Da ist er. Hei. Das ist schnell. Hu, hu, ha, 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 ha. Hm. Das MG. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Gut. Los. Rüsten wir das MG auch mal gleich auf. Und Magazinvergrößerung für das MG. Da. Was haben wir noch? Schadenboost 2. Schade. Leider zu teuer. Und da sind halt die anderen ganzen Sachen. Gut, dann gehen wir mal mit dem MG weiter. MG und sowas. Die mag ich ja. Was haben wir hier? Kartenrauk Karabiner. Jetzt erfolgt mich der aber noch. Aaaaaaah. Ei, ei, ei. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um ihren falschen Hirten für sie zu skalpieren. Das ist es. Es stellte sich aber raus. Du, es spricht zu. Half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihnen das Messer halten. Das sind alles irgendwie Verräter. Bist du das auf? Kein Problem. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bitte. Dankeschön. Und dann mal schauen, was uns weiter hier in Bioshock Infinite erwartet. Ich habe da eben schon Leute gesehen. Was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was zu gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal.